Neue Spannungen zwischen China und Japan sind entfacht, als Japan bekannt gab, dass es eine unbewohnte Inselgruppe im ostchinesischen Meer kaufen wird. Die Inseln befinden sich im Privatbesitz. Chinas Führer hingegen bezeichnen Japans Schritt als illegal und ungültig. Japans Entscheidung, eine unbewohnte Inselgruppe im ostchinesischen Meer zu kaufen, stößt bei Chinas Regime auf Ablehnung. Es bezeichnet das Vorhaben als illegal und ungültig. Japans erster Kabinettssekretär Osamu Fujimura hat den Kauf am Montag verkündet. Einen Tag, nachdem die Führer der zwei Länder sich beim APEC-Gipfel in Russland getroffen haben. Chinas Staatsfernsehen CCTV berichtet, dass der chinesische Führer Hu Jintao Japan warnte, die Zitat, Ernsthaftigkeit der Situation zu erkennen und keine falsche Entscheidung zu treffen. Die Inseln, in China genannt Diaoyu und in Japan Senkaku, befinden sich in Privatbesitz. Seit längerer Zeit sind sie immer wieder Objekt von Souveränitätsstreitigkeiten zwischen Japan, China und Taiwan gewesen. Nachdem Japan kurzweilig chinesische Nationalisten auf der Diaoyu-Insel verhaftete, entfachten diese in China anti-japanische Proteste. Das chinesische Regime begrüsst diese. Professor Xia Ming von der Universität New York vermutet beim chinesischen Regime auch nationalistische Ziele, auf die Gefahr hin, einen eskalierenden Konflikt mit Japan zu entfachen. Es ist unwahrscheinlich, dass die kommunistische Regierung die Diaoyu-Inseln bekommen kann. Dieser Kauf hat also wenig mit der chinesischen Öffentlichkeit zu tun. Wenn China das Problem benutzt, um Nationalismus anzustiften, dann ist zu befürchten, dass, sobald die Gefühle überkochen, es für die chinesische Regierung sehr schwierig sein wird, einen Kompromiss für das Problem zu finden. Japan gab nicht bekannt, wie viel es an die Eigentümer der Insel zahlen wird. Japanische Medien jedoch berichten von 20 Millionen Euro.